Jo, jetzt zurück zu Gotham Knights. Wir müssen leider hier nochmal ein Training machen. Machen wir einfach mal. Gucken, wenn wir Grundleimentraining, Fähigkeitstraining, Fortbestimmung, okay, Grundleimentraining, äh, Verhör. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Hier trainieren wir zunächst im Geist. Aber das erfordert volle Konzentration. Lass deinen Schmerz los und hör auf meine Stimme. Okay. Sag mir, was du weißt. Ist ja gut. Ein paar Sachten kann ich dir verraten. Danke. Knuff. Okay, der andere ist weg. Der ist feindlich, das ist klar. Reden wir. Okay, okay. Das hier weiß ich. Das wollte ich hören. Autschi. Genau wie erwartet. Jim wäre stolz auf dich. Okay, gar nicht so schlimm. Ich muss jetzt noch ein bisschen Zeitung lesen, ne? Ich muss jetzt hin. Oder wie geht man in einer Straße, Gemeinne? Ich muss jetzt mal nichts hörten. Ey, Hä? Ja, Jáaaa. Das ist ja schön. Ja, würde ich sagen. Aus poSmock. sechs Euro pieceäven. Ich versuche ihrrä Florida. Ja. Und ich werde ihnen dabei helfen. Gotham ist in guten Händen. Ritterschlag, okay. Deine Patrouille, also das heißt man geht immer irgendwie so durch. An der Universität von Gotham brach Chaos aus, nachdem eine lokale Gang, bekannt als Freaks, mehrere Gebäude im Brandfest fest. Polymer, Titanengewebe, okay, verstehe. Kann man irgendwas rumbasteln? Und das haben wir ja nun umgebaut. Okay. So nochmal Stile hier, dass wir mal... Achso. Chris, Junge. Haben wir mehrere? Lass mal kurz gucken. Das ist der aktuelle... Why not, oder? Halten, zurücksetzen, halten, auf alles anwenden, übernehmen. Na gut, komm. Fallakten. So, pluck, pluck. Das sind Herausforderungen, okay, verstehe. Fähigkeiten. So, Stufe 2, dies, das. Wir haben überhaupt noch gar nichts. Also brauchen einen Fähigkeitspunkt dafür, da brauchen wir zwei, okay, verstehe. Datenbank, gucken wir uns natürlich jetzt nicht alles an. Dann noch Mails checken. Okay, komm. So. Äh, verlasse den Glockenturm schon wieder. Geht das ohne Anzug? Okay, so. Und jetzt müssen wir mal auf die Map und dann so ein Ding hier mal knacken, oder? Das war's doch. Lass uns mal angucken, wie das geht. Bssst, irgendwo da hinten lang. Oh. Hopp. Bssst, irgendwo da hinten. Trotz, irgendwo da hinten. Fähig. Überraschung, du bist ja. Du bist ja. Dich. Du bist ja. Oh Gott. Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja. Wow, was ist denn mit dem Pump? Ja, voll! Ich habe den Hulu. So, und jetzt lassen wir immer Zeug fallen oder wie funktioniert das hier? So, wer braucht Hilfe? Ah ja, hier? Okay, hau ab. So, wie ging das jetzt mit hier dieses... Ah ja, so geht das. So, so'n Ding mal ausprobiert, okay, aber reintabellig immer schön Klapperei. Lass mal eben kurz gucken, was die Map sagt. Herein Huang, ich lasse Hands-Rest von yo. Klapperei sind soch listen, aber ... Oh das war ich. So, so je언ert an mir stores ... Therein mythisches Ge��,альныхarteniy Macht überdes climbing. Junge. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, reingucken? Nee! Alles gut, oder? Ich glaube nicht, Junge. Du bist ja ganz alleine drin. Und da bleibst du auch. Bis man mit dem was machen? Nee, ne? Lass mal auf die Map schauen. Alles gut, okay. So, irgendwas anderes Rotes noch. Sollte man sowas auch nochmal angucken? Weiß ich nicht. Mach ich einfach mal. Lass mich! Lech mich! Ach, wer wird ihn? Du hast einen! Wenn das nicht der Fan, der er ist! Nicht nachher! Lass einen Scheiß haben! Was ist alles gleich los? er hast du nicht drauf müssen sie noch mal infos holen oder was das wir nicht alle immer weg knippeln sondern mal ein paar leute befragen machen wir mal hier in der ecke vielleicht ich glaube die konnte ich sehe hier nichts Das ist eine der Maskierten! Kommt hier nicht lebend raus! Hey, lass sie gehen! Sag mir, was du über den Mord an Kirk Langstrom weißt. Wir hatten keinen Grund, ihn zu töten, geschweige denn an die Wand zu nageln. Er hat uns für die Experimente gut bezahlt, aber sag meinem Boss nichts. Sie bringt mich um. Sehr verbunden. Ah, okay. So geht das auch so. Ach so, pro Verbrechen nur einmal. Wie geht das mit Wiederbeleihung? Okay, also nur pro, einmal pro. Da stehe. Das haben wir, das haben wir. Zwei, das ist voll. Ich glaube, so verstehe ich das zumindest mal. Herausforderungen, Fallakten, dies, das. Muss man alles herausfinden. Was ist denn Maincrest? Oder muss man da wieder raus? Also quasi... Patrouille? Oh, die sind aber übelst stark. Du bist erledig, Blackguard. Dank hier! Was ist das? Oh, oh. Was ist das? Was ist das? Ah! 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 Fresh arrow! und ja nix also richtig habe ich noch nicht gedacht, was das eigentlich also bringen soll achso wir gucken hier achso Schwungfähigkeit ah ok, verstehe das sind die Quickdinger so jetzt aber mal was ist dann eigentlich meine Mission haben wir den ausgerüstet ok, sobald ich hier ein Glockenturm bin okidoki 14 mal hergestellt oder was Anzug herstellen ok so richtig raffe ich es natürlich noch nicht so ok, da unten so jetzt sagen wir doch mal bitte was hier letzte Fallakten ok, wenn ich das jetzt hier verhöre Freaks mehr Informationen zu sammeln ok, so wenn ich das jetzt achso, jetzt verstehe ich das ist das Questlog und wo ist das auf der Map dann müssen wir echt noch ein paar Leute hier einfach nur mal auschecken, oder? ist ja schon kaputt, ne ne? oh man, Junge das wird nicht so geil ich hab dich gesehen hier ha ä ha partner lustig good yeah kind per zurück mit hat 18 Ich bin auf! Wohne! Oh, nicht gut! Ah, komm. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Huh. Oh, komm. Ich wollte eigentlich da oben ran. Mhm. Mhm. Oh, okay. 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 Oh, was für ein feindes Setzer! Oh, ist schon kaputt! Na gut, okay, wir sind hier. Jemand hat Kirk Langstrom getötet. Wer war das? Ich wusste nicht mal, dass der Trottel tot ist! Der Kerl hat uns gutes Geld gegeben, damit er uns das Zeug spritzt! Sicher, dass es kein Raubüberfall war? Glockenturm, kein Hinweis auf Langstroms Mörder. Wir haben Thalias Standort. Wir können mit ihr reden, während wir unseren Plan überarbeiten. Sende die Koordinaten. Okay, reicht uns das erstmal, weil die Koordinaten würde ich dann hier sehen und wir müssen ja nicht zurück zum Ding, sondern hier, Thalias Koordinaten, da müssen wir hin. Machen wir beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann, ciao! Tschüss! 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 Tschüss!